und vom Atmen ausgeteilt er hat jetzt die ich habe einigkehlt von euch der war ein bisschen am Brummbacken Und auf einmal wurde ich vom Admin ausgeschaltet. Epic Shit, Alter. Wir fallen Gegner-Team. Das ist belastend. Aber was ist gekommen? PROMOTED! Ich hole mir jetzt D, Alter. Okay. Oh, hohoho. Alter, das Noscope. Nein, 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 nein. Was ist denn da? So. Junge! Junge! Und wir fahren eine Runde. Oh, Panzer! Und du bist tot! Was? Alles klar! Du denn? Na, sagst du? Warum wurdest du von Leider geworben? Weil ich mir das vorgestellt hab. Ist er weg? Ja, hier bei mir. Ja, ich bin schon wieder tot. Leider ist weg. Echt? Er war so schnell weg, um zu lecheln. Ja, er ist weg, er ist weg. Bist du? Bin bei B. Ja. Ok, ich hab den Cypher gefunden. Ja, haben, 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 haben. Haben. Nice. Hier waren auch noch welche. Wir müssen bei dem Panzer. Mhm, Panzer ist down. Ja. Dann jetzt einnehmen, einnehmen, einnehmen. Oh, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Ja, ja, er ist um mich rumgelaufen. Ist er tot, ist er tot? Ja, ist tot. Wo liegt der, wo liegt der? Hier bei mir, bei mir, bei mir. Warum? Ich brauch seine Waffe, ich hab keine Munition mehr. Hey, links bei den Containern waren noch welche. Ja, ich hab schon, ich hab schon abgefahren. Ja, es sind immer noch welche. Äh, ich seh schon, ich seh schon. Aber ich will mich da nicht weiter aufhalten. Ich hab keinen Bock mehr, gerade meine Kille dagegen kaputt zu machen. Ich switche jetzt direkt in A rüber. Wer wird wieder eingenommen, was denn da los? Mit dem Panzer. Ah, komm. Noch einer, fuck. Ist das tot? Nee. Yo! Hast du das gesehen? Von der M16. Aaaaah! Von welchem Typen? Keine Ahnung. Ist klar, oder? Ja, sicher. Alles aufgeregt. Irgendwas gut sei raus, man hätte eh von einem Sekt dann abgeschossen.